Musik Guten Tag und herzlich willkommen bei Insolvenzrecht Dresden TV, der Kanzlei Ulrich Orion. Pressemitteilung Hohes Risiko der Insolvenzanfechtung bei inkongruenten Vermögensverschiebungen im Sinne von § 133 Insolvenzordnung Sachverhalt Herr Müller ist Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH und Co. KG. Im Jahre 1993 erhält Müller eine Pensionszusage über monatlich 6.000 DM von dieser Firma. Am 29.11.1996 verpfändet die Firma dem Müller zur Absicherung der Pensionszusageversicherungen. Im Januar 2008 überträgt Müller seine Geschäftsanteile an Dritte und scheidet aus. Gleichzeitig bestellt die Firma zur Sicherheit der Pensionszusage eine Grundschuld in Höhe von 500.000 Euro als Ersatz für die verpfändeten Versicherungen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Unternehmen finanziell gesund. Eine Krise ist nicht in Sicht. Am 01.01.2010 wird das Insolvenzverfahren über die Firma eröffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt. Müller klagt auf Feststellung, dass ihm das Absonderungsrecht der Grundschuld zusteht. Der Insolvenzverwalter erhebt wieder Klage auf Übertragung der Grundschuld. Das Landgericht gibt der Klage des Müller statt. Das Oberlandesgericht hebt das Urteil auf. Der Bundesgerichtshof gibt der Revision des Müller statt. Rechtsgründe Das Gericht hat nach § 133 Absatz 1 Insolvenzordnung eine tatrichterliche Feststellung zu treffen, ob die spätere Insolvenzschuldnerin bei der Grundschuldbestellung eine gläubige Benachteiligungsabsicht hatte. Dabei hat das Gericht nach § 286 Zivilprozessordnung eine Gesamtwürdigung aller festgestellten Erkenntnisse vorzunehmen. Das Beweisanzeichen der Inkongruenz, d.h. die Stellung einer nicht geschuldeten Sicherheit, ist nicht verwirklicht. Zwar ist die Bestellung einer nicht geschuldeten Grundschuld inkongruent, aber zum Zeitpunkt der Grundschuldbestellung bestanden keine Zweifel an der Liquidität der Firma. Erst bei vorliegen ernsthafter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit besteht eine anfechtungsrelevante Inkongruenz. Ebenso wenig kann ein Benachteiligungsvorsatz aus der gezielten Gewährung einer Sicherheit für den Insolvenzfall bestätigt werden. Denn hier sollte die Grundschuld sofort als Sicherheit dienen. Grundschulden sind als Absonderungsrechte gesetzlich ausdrücklich anerkannt. Rechtstipp Sicherheiten sollten grundsätzlich immer zusammen mit der schuldrechtlichen Vereinbarung bestellt werden. Eine Nachbesicherung kann zur Insolvenzanfechtung führen. So Rechtsanwalt Ulrich Horéon aus Dresden. Den vollständigen Text und Links finden Sie unterhalb des Videos. Möchten Sie regelmäßig über neue Pressemitteilungen informiert werden, so abonnieren Sie jedoch einfach unseren Videokanal. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Pressemitteilung und auf Wiedersehen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen.